Du suchst eine lange Laufhose für deine Läufe im Winter? Nikes 3 Fit Shield Long Tide ist so konzipiert, dass deine Beine vor dem Auskühlen durch Wind- oder kalte Temperaturen geschützt werden. Dies erreicht die Tide durch ihre aufgeraute Innenseite. Zwischen ihr und der Haut bildet sich ein wärmendes Luftpolster. Zudem schützt auf der Vorderseite eine zusätzliche Schicht vor Wind. Natürlich schwitzt du auch, wenn es kalt ist und deshalb hat Nike seine 3 Fit Faser bei der Long Tide eingesetzt. Sie transportiert Schweiß schnell vom Körper weg nach außen. Kleine Laufutensilien oder deinen Schlüssel kannst du in der Reißverschlusstasche auf der Rückseite verstauen. Diese ist auf der Innenseite laminiert, sodass auch empfindliche Geräte geschützt sind. Praktische Details wie die reflektierenden Elemente und die Reißverschlüsse runden die Ausstattung der Long Tide ab. Genieße deine Läufe auch an kalten Tagen mit der Nike 3 Fit Shield Long Tide. Zusammen mit den anderen Textilen von Nike bekommst du die Long Tide in deiner Runners Point Filiale oder hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF, 2020